Mit ihren Händen schaffen sie unglaubliche Dinge. Sie sorgen für Licht in dunklen Zeiten. Sie reißen Mauern ein und bauen sie wieder auf. Sie stellen Möbel her oder errichten ganze Häuser. Eigentlich müssten Handwerker für ihre Arbeit viel mehr wertgeschätzt werden. Aber wie sieht es in deiner Firma tatsächlich aus? Miese Bezahlung? Schlechtes Arbeitsklima? Und hast du überhaupt Aufstiegschancen? Ganz ehrlich, du hast was Besseres verdient. Und bei uns bekommst du es. Wir sind Görissen Projekt und bauen Photovoltaikanlagen. Unser Ziel 100% nachhaltige Stromerzeugung mit Solarenergie in Deutschland. Dafür brauchen wir dich. Wenn du als Handwerker oder Elektriker Teil dieser Energiewende werden willst, bieten wir dir beste Werkzeuge und Ausstattung. Und zwar wirklich allerbeste. Eine Köchin, die dich mit köstlichem Essen versorgt. Über 300 Gesundheitsleistungen wie Facharzttermine oder Massagen. Regelmäßige Team-Events. Und dazu eine überdurchschnittliche Bezahlung. Du hast noch nie mit Solaranlagen gearbeitet? Dann bilden wir dich aus. Uns interessiert nicht, was du auf dem Papier kannst, sondern deine tatsächliche Leistung. Wenn du Bock hast, dich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen, geben wir dir die Möglichkeit dazu. Du willst endlich einen Job, bei dem du richtig wertgeschätzt wirst? Dann klicke jetzt auf den Link und bewirb dich in nur drei Minuten bei uns und werde Teil von Gerissen Projekt.